Hat der Stimme über mich gelästert? Oder nur so das Übliche? Sehr geehrter Herr Schumacher, sehr geehrte Frau Ella, liebe Elke, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, zu Ihnen zu sprechen. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum laden die dich eigentlich ein? Weil Außenminister auf einem Personalmanagementkongress, eigentlich wäre vielleicht Frau Nahles eher hier, wir beschäftigen uns gerade mit ihrem Weißbuch über Arbeiten 4.0, wie geht das weiter mit der Digitalisierung, wie verändern wir oder welche Qualifikationsänderungen brauchen wir, was müssen wir in der Arbeitsrechtsgesetzgebung ändern, um zum Beispiel viel stärker Training on the Job zu bekommen, als nur eine Förderung zu haben, wenn jemand bereits arbeitslos geworden ist, wie machen wir Anschlussqualifikationen, welche völlig anderen Einstiegsqualifikationen brauchen wir, wie gehen wir eigentlich damit um, dass einige Teile sagen, uns geht die Arbeit aus und einige sind sozusagen always on mit 70 Stunden und andere always out, also ich habe gedacht, eigentlich wäre Frau Nahles die Bessere, das ist sozusagen jetzt der Werbeblock für das nächste Jahr, Sie sehen daraus, wie optimistisch ich hinsichtlich der Bundestagswahlen bin. Selbst in Wahlkampfzeiten darf man den Humor nicht verlieren, glauben Sie mir. Also jedenfalls eine Menge Themen, aber wie Sie sehen, ich bin nicht Andrea Nahles, sondern unter anderem als Außenminister, Chef von rund 11.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 3.000 von Ihnen arbeiten hier in der Zentrale in Berlin, die übrigen in weltweit rund 230 Auslandsvertretungen. Vielleicht verbindet uns das ein bisschen. Damit hat der Auswärtige Dienst ungefähr so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie das Hochtechnologieunternehmen Trumpf, nicht zu verwechseln mit dem Wäschehersteller, oder der Staubsaugenhersteller Kärcher. Von den DAX-Unternehmen in Deutschland hat, glaube ich, nur Vonovia weniger Mitarbeiter als wir. Und ob irgendein Unternehmen in so vielen Ländern präsent ist, wie das Auswärtige Amt, das wage ich zu bezweifeln. Man kann den Auswärtigen Dienst also auch als einen typischen deutschen Mittelständler verstehen. Mit, ja klar, mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und natürlich braucht ein solcher Dienst Personalmanagement. Vielleicht mehr, als man sich das gemeinhin vorstellen kann. Überlegen Sie sich mal, als ich da ins Amt gekommen bin, habe ich mir überlegt, wie geht das eigentlich, dass jemand alle vier Jahre mitsamt seiner Familie bereit sein muss, seinen Dienstort zu wechseln. Und übrigens nicht zu überbordenden Löhnen und Gehältern. Und wie passt das heute noch zusammen mit einer geänderten Gesellschaft, in der Partnerinnen und Partner jedenfalls nicht mitgehen, um dann im Extremfall die Onneurs auf Botschaftsempfängen für den Ehegatten zu machen, sondern natürlich den Anspruch haben, einen eigenen Beruf auszuführen. Wie gewinnen wir überhaupt Nachwuchs in den nächsten Jahrzehnten, wenn die Zahl der Menschen, wir werden ja in Deutschland weniger, wir haben zwar die Kulturtechnik des Kinderkriegens nicht völlig aus dem Gedächtnis verloren, aber mit der Praxis hapert das ein bisschen. Ich habe drei Töchter, ich habe meinen Job gemacht. So einen Spruch traue ich mir übrigens nur zu sagen, wenn meine Frau nicht im Saal ist. Aber wie ernsthaft, wie kriegen wir das hin und wie kommen wir zum Beispiel den Bedürfnissen von Beschäftigten nach, die sagen, du schickst mich da vier Jahre ins Ausland, was ist eigentlich mit meinem Partner oder meiner Partnerin? Für Kinder und Schule ist gesorgt in den allermeisten Fällen, aber wie gehen wir damit um? Heißt das, dass wir möglicherweise längere Laufzeiten brauchen? Heißt das, dass wir finanziell Ausgleich schaffen müssen, Verluste in der Rentenversicherung des mitreisenden Partners? Bedeutet das, dass wir Laufbahnen entwickeln müssen, wo wir vielleicht diesen ständigen Wechsel nicht drin haben? Das sind Themen, die uns beschäftigen und die natürlich ganz enorm, was mit der wichtigsten Ressource des Auswärtigen Dienstes, dem Personalmanagement zu tun haben. Also auch wir müssen das Leistungs- und Entwicklungspotenzial unserer Beschäftigten erkennen, erhalten und entsprechende Organisationsziele und unsere Berücksichtigung der Fähigkeiten, Neigungen und Interessen der Beschäftigten weiterentwickeln. Auch wir merken, dass die wachsende Bedeutung von Spezialmaterien, technischer Wandel und neue außenpolitische Akteure die gezielte Personalauswahl herausfordernder machen. Das ist zurzeit noch ganz gut. Ich glaube, auf eine Stelle, die wir ausschreiben, gibt es weit über 1000 Bewerbungen. Der Auswärtige Dienst hat eine große Attraktivität, aber die bewerben sich in der Regel zu einem Alter, wo ihnen noch nicht klar ist, was es bedeutet, wenn man eine Familie hat. Und wenn zum Beispiel einer dabei ist und sagt, also so habe ich mir unser Zusammenleben eher nicht vorgestellt. Also ziemliche Herausforderung für uns. Sind wir familienfreundlich genug? Gerade unter der Bedingung dieser Rotation schaffen wir es, die ganze Vielfalt der Gesellschaft wieder zu spiegeln. Deutschland ist seit vielen Jahren, Jahrzehnten ein Einwanderungsland. Das Gesicht unseres Landes ist nicht der männliche, weiße Botschafter Deutschlands, sondern wir haben ganz unterschiedliche, bunte Bevölkerungsgruppen. Zehn Prozent unseres Landes mindestens. Wir haben gerade eine Debatte über die Ehe für alle hinter uns. Das ist homosexuell. Wir wollen das im Auswärtigen Dienst widerspiegeln. Aber stellen Sie sich vor, es gibt ja Länder, die das begrenzt anders sehen als wir. Und auch für uns bedeutet das, dass wir zum Beispiel Menschen mit anderen kulturellen Wurzeln zu uns in den Auswärtigen Dienst holen müssen, einfach damit sie unsere Gesellschaft widerspiegeln und nicht nur einen Ausschnitt der deutschen Gesellschaft, weil dafür würden wir dann unser Land nicht angemessen repräsentieren. Also, Sie merken, es gibt doch eine ganze Menge Gemeinsamkeiten, die Ihre Themen mit unseren haben. Und vielleicht ist es ja sogar eine ganz gute Idee, wenn wir, es gibt immer mal wieder Review-Prozesse, auch bei uns im Auswärtigen Amt, wenn wir mal zu solchen Fragen unseres speziellen Dienstes, Personalmanagerinnen und Personalmanager außerhalb des öffentlichen Dienstes einladen, um unseren Laden mal anzugucken und vielleicht Ideen zu entwickeln, was möglich ist unter den besonderen, aber vielleicht auch gar nicht so besonderen Bedingungen des Auswärtigen Dienstes. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass bunte Teams mit unterschiedlichen kulturellen, biografischen, sozialen Hintergründen am Ende in der Diplomatie die besten Ergebnisse bringen. Einfach, weil sie durch die Bandbreite der Lebenserfahrungen ihre unterschiedlichen Gegenüber besser verstehen. Die Unternehmen ist das ja längst angekommen, Diversity ist für sie überhaupt nichts Neues. Oft gibt es aber natürlich auch da nach wie vor ungelöste Aufgaben, bis hin zu so Themen wie Heimarbeit, Teilzeitarbeit. So ein klassischer deutscher Minister, der findet das komisch, dass wenn der einen Mitarbeiter anruft und da gibt es die Antwort, das ist jetzt aber Nachmittag, der arbeitet nur die Hälfte des Tages im Amt, weil man ja der Überzeugung ist, wenn ich den nachts um vier anrufe, dann muss der eigentlich auch noch kommen. Also die Vorstellung, dass Sklaven- und Knechtsarbeit im öffentlichen Dienst abgeschafft ist seit mehreren hundert Jahren, finden deutsche Minister gelegentlich komisch. Also, und trotzdem ist es natürlich so, dass wir uns, ich weiß ja nicht, jetzt ist wahrscheinlich Presse im Saal, jetzt gibt es gleich wieder Ärger bei den Beispielen, aber natürlich ist, das bin ich gewohnt. Natürlich ist das so, stellen Sie sich das vor, dass es ein kultureller Wandel ist. Wir haben seit vielen Jahren Dienstvereinbarung, es gibt natürlich die berechtigten Ansprüche auf Teilzeit, auf Heimarbeit und anderes und trotzdem ist das ein Kulturproblem, gerade bei uns, weiß nicht, wie es bei Ihnen in den Betrieben ist, die Präsenzkultur ist noch außerordentlich ausgeprägt. Auch damit werden wir uns in den nächsten Jahren deutlich verändern müssen. Meine Damen und Herren, Personalmanagement, das wissen Sie besser als jeder andere, gehört eben auch dazu, Personalauswahl und Führung durch Motivieren. Und wodurch könnte man besser motivieren, als durch Vertrauen, Wertschätzung und Respekt und den konstruktiven Umgang mit Fehlern. Es gibt eine schöne Anekdote von John F. Kennedy. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber sie hört sich super an. Der besuchte einst angeblich oder tatsächlich die NASA in Cape Canaveral, also dort, wo Apollo auf den Mond geschickt wurde und traf einen Putzmann mit Kehrblech und Besen und fragte den ganz locker, was machten Sie denn so hier? Und dessen Antwort lautete, ich helfe dabei, einen Mann auf den Mond zu bringen. Die Szene sagt nicht so viel über Kennedy aus, aber sie sagt offensichtlich was über den Vorgesetzten dieses Putzmanns aus. Denn dem war es offensichtlich gelungen, seinen Mitarbeiter zu erklären und zu motivieren, dass auch wenn er dort die Gänge sauber macht, dass trotzdem eine der vielen kleinen Räder ist, die man braucht, um am Ende eine gemeinsame Organisation zu haben, die es schafft, ein Man-to-the-Moon-Projekt zu realisieren. Ich finde ein tolles Beispiel über die Frage, dass wir Wertschätzung, egal in welcher Funktion, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüberbringen müssen. Auch heute, 55 Jahre nach Kennedy, müssen wir uns miteinander natürlich überlegen, wie wir Mitarbeiter nicht nur kurzfristig gewinnen, sondern auch langfristig motivieren können. Die viel zitierte Generation Y hat andere Ansprüche, als meine Mutter oder meine Schwester oder ich sie hatten. Das kann uns gefallen oder nicht, aber es ist Tatsache. Und was mir als zentraler Ausspruch immer wieder begegnet, lässt sich zusammenfassen mit Bedeutung statt Bezahlung. Ich muss ein bisschen aufpassen, Bezahlung scheint mir nicht völlig unwichtig zu sein. Und trotzdem macht es klar, um was es geht. Jahre erzählen uns, ich war ja mal Wirtschaftsminister, uns auch Manager aus großen Unternehmen, die sagen, wenn wir früher mit Dienstwagen und allen möglichen materiellen Dingen Leute motivieren konnten, dann gibt es eine ganz andere Frage bei Leuten, die wir als Führungskräfte gewinnen wollen, nämlich wie ist das eigentlich mit Work-Life-Balance. Habe ich eigentlich Zeit für meine Kinder und Angebote des Unternehmens, das zu ermöglichen, Flexibilität nicht nur für das Unternehmen zu haben, sondern auch für den Beschäftigten, ist manchmal offensichtlich längst wichtiger geworden als alle möglichen materiellen Incentives. Also Eigenverantwortung, gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte, auch das ist natürlich etwas, was eine Corporate Identity schafft, das ein Unternehmen braucht. Bei uns im Auswärtigen Amt, in der Politik ist es genauso wichtig, übrigens in der internationalen Politik, wobei man da eben erlebt, dass es gerade eine große Auseinandersetzung gibt. Die Werte bei uns sind klar, wir fühlen uns dem, was wir früher westliche Werte genannt haben, das ist ja keine geografische Verortung, sondern es ist eine politische, eine universelle Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Pressefreiheit. Und manchmal werden diese westlichen Werte an Orten verteidigt oder erstritten, wo man sie nicht erwartet, auf dem Tahirplatz im arabischen Frühling. Und manchmal werden sie verletzt an Orten, wo man eigentlich glaubt, die gehören geografisch dazu, zum Beispiel in Gefängnissen, out of area der Vereinigten Staaten, in denen man Muslims ohne jedes Gerichtsverfahren festhält. Oder schlicht und ergreifend erklärt, aus bestimmten Ländern dürfen Menschen nicht einreisen, wenn sie eine bestimmte Religion haben. Das zeigt, es geht sozusagen nicht um geografische Verortungen, sondern um die Klarheit dessen, was in diesem Fall das Unternehmen deutsche Außenpolitik ausmacht. Übrigens, es gibt eine Verbindung zu Ihnen und da werden wir Sie und vor allen Dingen Ihre CEOs in den nächsten Jahren wahrscheinlich in verstärktem Maße herausfordern. Es gibt einen nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Der ist basiert auf einer Entscheidung der Vereinten Nationen, den wir in Deutschland umgesetzt haben, mit sehr klar definierten Zielen und die werden überprüft. Bislang verlassen wir uns auf weitgehende freiwillige Einhaltung, aber wir werden das überprüfen und wenn ab 2018 nicht mindestens 50 Prozent der deutschen Unternehmen das einhalten, dann wird der Gesetzgeber tätig werden. Das ist in einer Zeit, in der wir eher wieder über eine interessengeleitete Außenpolitik reden, nicht ganz einfach. Das ist übrigens das, was wir derzeit erleben. Wir haben so eine Phase gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sagen konnte, ich muss eine Vorwegbemerkung machen, Werte- und Interessengeleitetheit gab es immer parallel, gab immer natürlich Interessen und immer Werteorientierung, aber es gab unterschiedliche Phasen der Gewichtung. Nach 1945 bis zum Ende des Eisernen Vorhangs konnte man sagen, dass es eine sehr stark interessengeleitete Außenpolitik gab, indem man zum Beispiel die Großmächte gesagt haben, in unserem Hinterhof, habt ihr nichts zu sagen. Nicht nur die alte Sowjetunion, in dem sie in Ungarn und in Tschechien einmarschiert ist, als die versucht haben, oder am 17. Juni hier in Berlin, sondern auch die Vereinigten Staaten. Selbst in Granada wurde einmarschiert, weil die Gefahr bestand, dass dort eine linke Regierung entsteht, obwohl die Gefahr von Granada für die Vereinigten Staaten relativ überschaubar ist. Größte Exportartikel waren Muskatnüsse zu dem Zeitpunkt. Trotzdem machte man das, weil man sagte, das sind unsere Einflusssphären, unsere Interessen, da hat keiner was zu suchen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gab es eine sehr stark wertegebundene, manchmal auch ideologiegebundene Außenpolitik. Selbst der, wie wir glauben, völkerrechtliche Einmarsch der Vereinigten Staaten im Irak war in starkem Maße getrieben, durch die Idee der Vereinigten Staaten in diesem Land sozusagen, ihre Form von Demokratie notfalls mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Jetzt gibt es wieder, das merken wir gerade, einen Rückfall in eine eher interessengeleitete Außenpolitik, in dem die Vereinigten Staaten sagen, die Welt ist kein Ort, an dem wir gemeinsame Verträge machen, zum Wohle aller, sondern die Welt ist eine Arena, eine Kampfbahn. Und wir haben Interessen und wer an unserer Seite steht, dem geben wir auch was ab und wer nicht an unserer Seite steht, der ist unser Gegner, den bekämpfen wir. Und es wird unterschiedliche Felder geben, manchmal ist der eine unserer Partner, manchmal der andere, was natürlich zu einer gewaltigen Verunsicherung führt und es gibt Autokraten, die das gar nicht so schlecht finden, beispielsweise Herr Erdogan und andere. Also wir gehen stärker zurück in eine solche Phase. Ich beschreibe das, weil für das mittelständische Unternehmen Außenministerium jetzt auf einmal die Frage existiert, da stellen Leute unser Geschäftsmodell in Frage, da stellen Leute unsere sozusagen Corporate Identity in Frage. Wie gehen wir eigentlich damit um? Müssen wir jetzt auch als Bundesrepublik Deutschland eine stärker Interessengeleitete Politik machen und auch nach Saudi-Arabien fliegen wie der amerikanische Präsident und sagen, über Menschenrechte reden wir nicht, lassen uns ordentlich Waffen verkaufen, ist gut für die deutsche Industrie? Oder, ja, das sind ganz konkrete Dinge, die wir haben. Oder, sagt das Nein, wir bleiben dabei, auch wenn der Westen gerade kleiner geworden ist, wir setzen darauf, dass am Ende des Tages mittel- und langfristig sich unser Geschäftsmodell, weil es wertebasiert ist, weil es eine tiefe Wurzeln hat, weil es Mitarbeiter motiviert, weil es Menschen überzeugt, setzen wir weiter auf diese Idee von wertegebundener Außenpolitik. Es ist nicht so völlig fern von dem, was ich ein Unternehmen überlegen muss, das in den Grundlagen seines Unternehmens angegriffen wird, mit ganz anderen Vorstellungen, aber vielleicht dem gleichen Produkt, in diesem Fall bei uns Außenpolitik und Einflussnahme. Also, es gibt schon auch für uns in unserer Arbeit ganz erhebliche Herausforderungen und deswegen, meine Damen und Herren, bin ich jedenfalls überzeugt, Unternehmen, auch Parteien, auch Politik können langfristig nur erfolgreich sein, weil sie bei allem notwendigen Wandel und einer Anpassung an neue Rahmenbedingungen diesen festen Wertekanon, die Idee ihres Unternehmens, das, was wir manchmal Leitkulturenunternehmen nennen, dass wir die jedenfalls nicht nur in Hochglanzbroschüren oder Sonntagsreden deklarieren, sondern auch im Alltag leben. Das bedeutet zum Beispiel eben auch, dass wenn man in einem Land investiert, in dem kulturell, gar nicht mal rechtlich, aber kulturell Frauenbeschäftigung nicht erwünscht ist, dass man dem nicht nachkommt oder dass man bei Diskriminierung von Menschen in einem Land sich als Unternehmen dem nicht anschließt. Also da geht jetzt gar nicht darum, dass man darauf verzichtet, in andere Länder zu gehen, die schwierig sind, sondern dass man in seinem Verhalten, in seinem Unternehmen, in diesem Land sich anders verhält, als dort möglicherweise entgegen unseren Vorstellungen von Menschenrechten und Menschenwürde dort gelebt wird. Und das bedeutet übrigens auch bei allen Standortvorteilen, die man durch Niedriglohnländern hat, immer zu überlegen, sind die Arbeitsbedingungen, unter denen wir das machen, sind die erst gerechtfertigt. Stichwort schwere und schwerste Verletzungen und Menschen, die ums Leben gekommen sind, in menschenunwürdigen Textilproduktionen in Südostasien. Das kann man, man kann dann nicht sagen, das ist ja nur ein Zulieferer, mit dem haben wir nichts zu tun, sondern das ist nach meiner Auffassung dann im Alltag die Frage, bin ich bereit für diese von mir sonst in meiner Gesellschaft hochgehaltenen Werte einzustehen, wenn nicht, werden wir doppelt unter Druck geraten, durch die, die das sowieso falsch finden und durch die, die sagen, ihr habt ja nur doppelte Standards. Zu Hause macht der große Reden und bei uns zu Hause beudet ihr die Leute aus. Also es gibt durchaus Dinge, bei denen das nicht nur so eine abstrakte Rederei ist. Der Wertekanon, auf den sich Konsumenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in unserem Fall Wählerinnen und Wähler, Nachbarstaaten verlassen müssen, der muss klar bleiben. Und natürlich ist es so, dass wir immer wieder von Neuem überlegen müssen, wie wir uns den Rahmenbedingungen anpassen, aber diese Idee bei uns von universellen Werten, die wollen wir weiter fördern und verteidigen und sie nicht den Kulturrelativisten sozusagen übergeben. Ich sage Ihnen, das wird nicht ganz einfach, weil wir in einer Neuvermessung der Welt gerade leben. China, Indien, Asien wächst, Lateinamerika wächst, Afrika verdoppelt in den nächsten Jahrzehnten seiner Bevölkerung. Wir Europäer werden kleiner. Wenn wir in der Welt noch eine Stimme haben wollen, in 20, 30 Jahren, wenn unsere Kinder noch eine Stimme haben wollen, unsere Enkel, dann werden wir zum Beispiel diesen Wertekanon in Europa miteinander verteidigen müssen. Das ist gar nicht ganz einfach, angesichts dessen, was wir in Ungarn und Polen erleben. Aber wir müssen vor allen Dingen die Europäische Union zusammenhalten. Meine Bitte an Sie, die viel mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun haben, reden Sie auch mit Ihren Beschäftigten mal über solche Themen wie Europa. Es gibt so viel Unsinn darüber erzählt und so viel linker, linksradikaler und rechtsradikaler Populismus gegen Europa gemacht, dass ich mich manchmal frage, wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was wir für einen Schatz in den Händen halten, dass wir so fahrlässig damit umgehen. Und das ist nicht und das ist nicht nur die Aufgabe der Politik, ich sage das auch den Gewerkschaften, redet in Betriebsversammlungen drüber, weil natürlich ist das wunderbar, wenn sich die sozusagen die Chefetagen verständigen darauf, dass Europa wichtig ist, aber das hilft nicht. Sondern die, die den Eindruck haben, Deutschland ist nur der Lastesel der Europäischen Union, die Faulen im Süden, die leben nur auf unsere Kosten, mit denen müssen wir darüber reden und das Argument ist auch ganz einfach. Man wird nicht Exportweltmeister und Exporteuropameister, wenn wir nicht mehr Waren und Dienstleistungen in andere Länder schicken und dafür Geld kriegen, als dass wir bei denen was kaufen und unser Geld dahin schicken. Wir sind nur deshalb eine erfolgreiche Volkswirtschaft, weil wir 60% unserer Waren und Dienstleistungen in die Europäische Union exportieren. 10% nach China, 10% in die USA. Das heißt, uns geht es nur dann gut, wenn es dem Rest Europas gut geht. Nur dann geht es uns selber gut. Investitionen in Europa ist nicht Geldverschwendung, sondern es ist eine Investition in unsere eigene Zukunft und vor allen Dingen die unserer Kinder und Enkel. Und mal abgesehen von wirtschaftlichen Interessen, ich komme da so ein bisschen rum und es ist erstaunt, wie viele Menschen heute bereit sind, mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Ich kenne noch die Zeit, als ich als junger Mann, als Jugendlicher im Schüleraustausch war und es gegenüber Deutschland riesige Ressentiments gab in den Niederlanden, in Großbritannien, in vielen anderen Ländern. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die Niederländer mal eine eigene Panzerbrigade unter deutsches Kommando stellen. Das machen die Tschechen und die Rumänen auch. Meine Großmutter hat zu Hause noch gesungen, der Franzos mit der roten Hose, das war der Erbfeind. Und Polen waren Polacken. Und in wenigen Jahrzehnten ist etwas gelungen, was nie zuvor gelungen ist. Wir haben in Europa in tausend Jahren Geschichte, 50.000 Jahre Krieg und wir haben erst 70 Jahre Frieden. Ich gehöre zu der Generation, die das Glück hat, im Frieden geboren zu sein und so wie es aussieht, auch im Frieden zu sterben. Alle anderen Generationen vor uns haben mindestens einen Krieg erlebt in diesem Land. Und ich glaube, wenn man sich jetzt Europa anschaut und schaut, wo ist die ordnende Hand der Europäischen Union? Noch nicht. Auf dem Balkan zum Beispiel. In der Ukraine. Dann sehen wir, dass der Frieden und die Stabilität nicht selbstverständlich sind. Dort gibt es die alten Dämonen werden wieder wach. Dort gibt es Krieg und Bürgerkrieg. Und deswegen glaube ich, wir sollten nicht geringschätzen, was wir an der Europäischen Union auch mit Blick auf Stabilität und Frieden haben, auch wenn das Geld kostet. Ich habe letztens mal gesagt, was sind wir für eine glückliche Generation. Bei uns geht es nur ums Geld. Ja, früher ging es ums Leben. Also zu solchen Werten stehen, für uns ist das wichtig, aber ich glaube eben auch für Unternehmen. Und ich würde Sie gerne einladen, sozusagen auch mit uns ins Gespräch zu kommen. Gerade über solche Themen wie Wirtschaft und Menschenrechte, aber vielleicht auch, indem sie uns helfen, zu sagen, guckt mal, so müsst ihr mit einer modernen Gesellschaft im Personalmanagement umgehen. Uns tut es bestimmt gut. Ich hoffe, Ihnen hat die Rede auch gut getan. Wenn nicht, schimpfen Sie erst, wenn ich draußen bin. Vielen Dank, alles Gute und viel Erfolg.